Hey Leute, was geht ab? El Granato meldet sich mal wieder zurück. Ja, und heute habe ich eine Runde Quop für euch und das war ja im 10. Türchen des Adventskalenders von Commander Krieger. Und hier fängt es auch direkt an und das hier ist ein Tutorial, wie man genau so läuft. Und zwar muss man am Anfang W und O gleichzeitig drücken und dann kurz vor Aufkommen des Fußes W loslassen, damit er nach vorne kippt. Und dann muss man einfach Q und P gleichzeitig drücken und W und O. Und das immer genau so abwechselnd, dass der dann vernünftig läuft und immer so ein bisschen nach vorne kippt. Das heißt, kurz bevor der mit dem Fuß auf den Boden aufkommt, die anderen beiden Tasten gleichzeitig drücken und dann läuft der, wie ihr hier seht, so gleichmäßig nach vorne. So, das war es auch schon wieder von mir, ein ziemlich kurzes Commentary und insofern tschüss und bis zum nächsten Mal.